Als meine Eltern in die Ferien gingen, habe ich die letzten Schafe und Geissen verkauft, weil ich Platz für mein Velogeschäft gebraucht habe. So hat alles angefangen. Meine Leidenschaft für das Velos hat mich dorthin gebracht, wo ich heute bin. Dank den heutigen technischen Fortschritten ist es mir gelungen, ein innovatives Produkt zu lassen. Elektro-Velos, die voll digital gebaut werden. Wir sollten vermehrt neue visionäre Technologien zur Förderung eines nachhaltigen Lebensstils nutzen. Und wer weiss, vielleicht sind 20 Jahre die Stadt dank den Velos zu Naturparks geworden. Ich wünsche mir es. Ich versuche, ihn jeden Tag neu zu erfinden. Perfekt ist der Tag dann, wenn ich ihn nach einer schönen Bike-Tour mit Freunden bei einem Glasweich abschliessen. Ich bin der Tömul, CEO und Testfahrer von Tömul Zyloshop. Pire ich mich habe. Bedeutung. Ich bin der Tömul. Prafekt ist der Tag. Pire ich mich. Lいい Doppelklamm.